Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, mit Selina und Nies auch nochmal herzukommen. Na, wie war das Wasser? Angenehm warm. Angenehm warm und so. Also Fakt ist, die Lügen, das Wasser hat immer noch so um die 8 Grad. Aber ich muss sagen, heute ist nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Aber wie sehr wir uns alle drangestellt haben, seht ihr jetzt nicht wahr. Ich los dich dann vorne hin. Also du musst eigentlich, da siehst du diesen kleinen Vorsprung? Lanko, ich hasse dich. Warum? Warum habe ich keine besseren Freunde? Warum machen wir das? Warum machen wir das? Es ist gar nicht so kalt. Ich weiß gar nicht, ob ich springen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da überhaupt hin trau. Ohne dass ich jetzt ausrutsche. Ich habe echt Angst. Spring! 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 Aber ich habe wirklich Angst. Spring! Ich habe wirklich Angst. Nein! 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 Oh nein! Ich habe echt Angst. Ich habe echt Angst. Ich habe echt Angst. Wie tief ist das da? Ich bin hoch. Ich bin ganz klar. Oh Mann! Go! Ich komme auch gleich nach. Alles gut. Oh Gott, ich habe so Angst. Boah, ich bin schon ein zweites Mal. Alles gut. Alles gut. Keine vier. Du schubst dich sonst? Nein! Drei! Eins! Drei! Drei! Wooh! Drei! 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 Ladies and gentlemen, ich dachte ich komme ein zweites Mal drum herum hier rein zu springen, aber nein. Heute will nicht! Hahaha! Jetzt sieht die Sonnenmüll gleich aus. Ah ja! Drei! Wann wofre ich? Fuck! Drei! Drei. Da ist schon mal hier. Das ist schon mal hier! Drei! 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 Schau, Fisch, 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 Fisch! Wie geht es? das meine freunde ist der tag des höchsten gerichts wobei jetzt geht es eigentlich ja ich fühlte mich an die freunde ja ich fühlte mich an die freunde Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020